Hallo, ich bin Nenad Milaric. Willkommen bei mir im Atelier, in meiner Küche. Ich habe von Victorinox eine schöne Aufgabe bekommen. Das wäre ein schönes Drei-Gang-Menü zu kreieren, nur mit lokalen Produkten aus der Schweiz. Ich werde das für Freunde von mir kochen. Es sind sehr einfache und schöne Rezepte. Ich setze auf lokale Zutaten, weil man auch Produzenten kennt. Man war schon im Hof und sieht, wie sie arbeiten. Der Weg ist kürzer. Man sagt immer, je kürzer der Weg, desto besser das Produkt. Wenn ich das Essen mit Freunden mache, oder Freunden einlade, ist für mich sehr wichtig, dass ich Zeit mit Freunden am Tisch verbringen kann. Ich kreiere das Menü so, dass ich nicht so viel in der Küche stehen muss, sondern nur noch finischen muss. die aber auch einfach umsetzbar sind, ohne dass man eine professionelle Küche zu Hause hat. Und ich einfach auch gerne, wenn viele Sachen auf dem Tisch sind, dass ich etwas von verschiedenem probieren kann und dass man einfach eine gute Zeit zusammen hat. Ich hoffe, ich habe euch mit meinem Menü inspirieren und bin gespannt, was ihr daraus macht. Vielen Dank für's Zuschauen.